Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captivate Kompakt. Mein Name ist Martin Uhrig und heute möchte ich Ihnen mehr über das Thema Fluidboxes erzählen. Wir möchten uns weiter die Eigenschaften von Fluidboxes anschauen und ich möchte Ihnen die Möglichkeit vorstellen, Fluidboxes sowie auch Objekte auf optional zu schalten, so dass sie dann in kleineren Ansichten ausgeblendet werden. Dazu habe ich hier mal ein Beispiel geöffnet. Wir sehen jetzt hier so eine Quizfrage und ich möchte einfach mal die Frage beantworten. Dann sehen wir hier so eine Feedbackseite und im folgenden hier eine einfache Contentseite mit ein bisschen Text, einer Grafik, zwei Schaltflächen. Wir wollen uns natürlich anschauen, wie das in kleineren Ansichten aussieht und Sie sehen schon, sobald sich das hier ein bisschen verkleinert, verschwindet das Icon, so dass wir dann auch genügend Platz haben für den Text. Sie sehen, hier wird er dann wirklich erforderlich und in kleineren Ansichten verschwindet jetzt hier oben gleich dann auch noch der Untertitel und Sie sehen, jetzt ist er hier ausgeblendet und irgendwann reicht der Platz für den Text ja dann auch nicht mehr aus und dann habe ich die Möglichkeit, über diese Lightbox dann den kompletten Text zu lesen. Wir werden jetzt genau diese Seite erstellen, von Grund auf. Ich werde die ganzen Objekte anlegen und natürlich auch die ganzen Fluidboxes und Ihnen zeigen, wie Sie sowas erstellen können. Bevor Sie eine neue Fluidbox-Seite erstellen, empfehle ich Ihnen erstmal, das Layout grob auf Papier zu skizzieren und dann die Fluidboxes anzulegen. Ich habe mich jetzt mal dafür entschieden, dass ich hier außenrum einen Rand haben möchte, bevor ich überhaupt mit den Inhalten starte, dann werden wir hier oben einen Titel haben, links einen Text, rechts die Grafik und unten dann zwei Schaltflächen und um jetzt erstmal ganz isoliert den Rand hier außenrum zu erzeugen, erstelle ich hier zwei vertikale Fluidboxes und lösche eine wiederum davon. Sie wundern sich, warum ich das mache? Das mache ich, weil ich ganz gezielt hier eine Hauptfluidbox haben möchte und schon mal eine Unterfluidbox. Die hier werde ich dann weiter benutzen und die äußere verwende ich nur für die Randeinstellung. Da wollen wir zum Beispiel mal hier von links und rechts einfach mal 30 Pixel angeben und das machen wir einfach mal von oben und unten auch und dann haben wir hier schön einen Rand außenrum, der auch dann ganz genau definiert ist. Im nächsten Schritt werde ich jetzt hier drei weitere vertikale Fluidboxes anlegen. Sie sehen auch rechts in der Ansicht, das wird dann hier gleich schön untergliedert, ist also direkt unterhalb unserer Unterfluidbox und ich kann hier auch schon mal so grob die Größen definieren. Das können wir natürlich später dann auch noch mal ein bisschen verfeinern. Hier im mittleren Teil möchte ich zwei Spalten bilden, daher füge ich jetzt hier mal zwei horizontale Fluidboxes ein und wir können ja zum Beispiel mal den Bereich hier ein bisschen nach rechts schieben, sodass dann hier vielleicht für den Text ein bisschen mehr Platz ist. Jetzt starten wir mit dem Content. Wir brauchen natürlich erstmal noch ein paar Inhalte. Dazu füge ich mal hier eine Textbeschriftung ein und kopiere mir jetzt hier jeweils ein paar Inhalte hinein. Dann wollen wir das Ganze natürlich mal noch formatieren. Ich habe das hier schon mal vorbereitet mit Objektstilen. Dann wollen wir das Textobjekt mal duplizieren. Dazu drücke ich einfach STRG-D. Sie können ja auch rechts klicken und sagen duplizieren. Dann sehen wir jetzt hier noch ein zweites Textobjekt und ich möchte hier einfach einen Untertitel einfügen. Kopiere mir das mal hinein und sage das ist nach A2. Und wir wollen natürlich nicht, dass die nebeneinander stehen, sondern dass die unterhalb voneinander stehen. Sprich ich wechsle hier in die Fluidbox und definiere, dass der Fluss nicht horizontal sein soll, sondern vertikal. Und dann sehen Sie, stehen die dann hier auch schon untereinander. Dann wollen wir hier unten natürlich auch mal noch einen Text einfügen. Das Format, das passt eigentlich auch bereits schon. Dann hier noch den Text hinein und hier rechts brauchen wir dann noch eine Grafik. Die hole ich mir mal gerade über die Bibliothek rein, denn ich habe sie schon auf anderen Seiten verwendet. Deshalb nehmen wir mal hier gerade die Grafik und platzieren die auf der Seite. Und jetzt kommen noch die Schaltflächen. Dazu nehme ich hier jeweils Smartformen. Da hat das jetzt in der falschen Fluidbox platziert, aber überhaupt kein Problem. Können wir natürlich verschieben und hier sagen wir mal zurück. Und dann können wir hier auch ein bisschen an den Größen noch anpassen. Die sind jetzt ein bisschen arg groß geworden. Wir können natürlich hier auch die Fluidboxes noch mal ein bisschen verteilen und anpassen. Vielleicht noch mal ein bisschen breiter hier machen. Und dann duplizieren wir das Ganze und stellen hier mal noch ein auf Weiter. Die sind natürlich aktuell noch keine Schaltflächen. Das könnte ich natürlich hier auch gleich mal einstellen, dass das dann Schaltflächen werden sollen. Und dementsprechend dann hier auch schon die Aktionen festlegen. Zum Beispiel, dass die hier zur vorherigen Folie geht und die andere, die habe ich gar nicht angepasst. Denn standardmäßig geht die automatisch zur nächsten Folie. Gut. Jetzt möchten wir natürlich hier unten das Verhalten für die Fluidbox auch gleich mal definieren. Denn die sollen nicht hier so nebeneinander stehen, sondern die sollen hier jeweils außen stehen. Und dazu schauen wir hier noch ein bisschen in die Eigenschaften rein. Wir haben ja mal kennengelernt Fluss und Umbruch. Und jetzt wollen wir hier mal noch in die Ausrichtung reinschauen. Und zwar können Sie in diesem Fall sagen, dass Sie das horizontal anders einstellen möchten. Nämlich, dass Sie hier einen Zwischenraum bilden möchten. Und dann wird der komplett zur Verfügung stehende Platz hier für den Mittelbereich genutzt. Sie sehen, da gibt es noch ein paar andere Optionen. Und ich könnte auch sagen, Abstand drumherum. Dann haben wir hier jeweils den gleichen Abstand. Und Sie könnten natürlich auch sagen, rechts ausrichten oder links ausrichten. Je nachdem, wie Sie das machen möchten. Sie könnten jetzt zum Beispiel in diesem Fall auch das rechts platzieren. Und zum Beispiel dann vielleicht hier noch horizontal eine kleine Auffüllung machen. Dann haben wir so einen kleinen Abstand noch dazwischen. Wir müssen natürlich berücksichtigen, die Auffüllung wirkt drumherum. Also würde das auch hier einen Abstand erzeugen. Ich muss mir das also vorher auch ein bisschen überlegen, ein bisschen mal ausprobieren. Und dann finden Sie schon Ihre optimale Einstellung heraus. Ich möchte das mal erstmal wieder herausnehmen. Denn wir wollen, dass das auf jeden Fall hier ganz links und ganz rechts platziert ist. Im nächsten Schritt können wir jetzt einfach mal in eine kleinere Ansicht gehen. Und können einfach mal schauen, was passiert, wenn ich mal in so einer ganz kleinen Ansicht bin. Und dann sehen Sie, dass das vielleicht noch nicht so aussieht, wie Sie sich das am Ende wünschen. Das liegt einfach auch an den Umbrucheinstellungen, die wir bisher noch gar nicht genau definiert haben. Denn standardmäßig ist eingestellt zur nächsten Zeile umbrechen. Und das bedeutet dann, je nach Ansicht bekommen Sie dann so ein Ergebnis. Wir wollen das jetzt mal gleich hier anpassen. Das können wir auch jetzt direkt in dieser Ansicht machen. Das ist der schöne hier beim Modus Fluid Boxes. Ich sehe ja gleich, wie es in den darunter liegenden Ansichten aussieht. Und kann es hier modifizieren und damit gleich in die gewünschte Form bringen. Durch die Einstellung in Spalte komprimieren haben wir jetzt das erstmal schön so grundlegend eingestellt, dass alles möglichst in einer Spalte angezeigt wird. Gleiches können wir dann auch zum Beispiel hier für diese Fluid Box machen. Da sehen Sie, da sind jetzt auch die Titel noch nebeneinander. Das wollen wir natürlich auch in einer Spalte komprimieren. Wir sehen jetzt hier auch, dass der Untertitel nicht mehr wirklich viel Platz hat. Deshalb werde ich jetzt folgendes machen. Ich wähle dieses Objekt aus und definiere, dass es optional ist. Dann verschwindet es in tiefer liegenden Ansichten. Und dieses optional kann ich entweder für einzelne Objekte innerhalb einer Fluid Box definieren. Ich kann es aber auch für ganze Fluid Boxes definieren, wie jetzt zum Beispiel in diesem Fall. Da merken wir die Grafik, die nimmt uns jetzt doch ein bisschen viel Platz weg. Und wir wollen nicht nur die Grafik ausblenden, sondern gleich die ganze Fluid Box. Deshalb wähle ich die hier aus, stelle hier auf Optional. Und wir sehen jetzt noch kein Ergebnis. Das liegt auch an den Umbrucheinstellungen. Denn es ist wichtig, wenn Sie hier definiert haben, dass es optionale Objekte geben soll, dass Sie auch die richtige Umbrucheinstellung definieren. Und in diesem Fall gehe ich in die darüber liegende Fluid Box und wähle entweder in Zeile komprimieren oder eine Zeile oder Spalte. Und dann sehen Sie, sobald ich das einstelle, wirkt das auch sofort. Und die optionale Fluid Box ist in dieser Ansicht jetzt nicht mehr da. Wenn wir wieder in die Desktop Ansicht gehen, dann sehen Sie alle Objekte wieder da. Passt also wunderbar. Wir können das Ganze auch mit dem Regler mal hier ausprobieren. Und dann sehen wir, ab einer bestimmten Größe wird dann entsprechend das Objekt auf Optional geschaltet. und Sie merken auch, dass hier wieder bestimmte Werte greifen. Der Prozentwert in den Umbrucheinstellungen, der definiert auch hier, wann die Objekte entsprechend dann umbrochen oder auf Optional dann ausgeblendet werden. Sprich, wenn ich den Wert jetzt hier entsprechend reduzieren würde, zum Beispiel auf 50 Prozent, dann wäre der Wert schon ein gutes Stück niedriger, bis dann die Fluid Box ausgeblendet würde. Und diese Umbrucheinstellungen, die finden Sie entweder in der äußersten Fluid Box, also in der Hauptfluid Box, oder wenn Sie in den Voreinstellungen die Funktion unter Standardwerte Textumbruch aktivieren einstellen, dann können Sie auch für jede einzelne Fluid Box hier entsprechend die Umbruchpunkte definieren. Das können Sie also freisteuern, je nachdem, ob Sie das dann auch noch mal granularer festlegen möchten. Schauen wir uns nun noch mal das Layout an, wie es jetzt im letzten Stand ist. Hier mal bewusst in einer kleineren Ansicht, wir sehen hier unten, das passt noch nicht so ganz genau, denn hier ist auch noch eingestellt zur nächsten Zeile umbrechen. Das wollen wir natürlich nicht, sondern das soll in der Zeile komprimiert werden. Zu guter Letzt merke ich jetzt hier natürlich, dass der Untertitel wieder sichtbar ist. Das liegt an unserer Einstellung, dass wir das Ganze hier auf 50 Prozent geschaltet haben. Das wollen wir natürlich nicht, die soll in der kleinen Ansicht schon ausgeblendet werden. Deshalb stelle ich das mal auf 80 Prozent zurück. Und abschließend sollten wir uns das Ganze dann mal noch im Browser anschauen, entweder über die Vorschau oder veröffentlicht. Und wie wir sehen, sieht das hier auch schon ganz gut aus und verhält sich auch ziemlich genau so, wie wir das in Captivate definiert haben. Die Untertitelung verschwindet hier entsprechend in der kleineren Ansicht, sowie auch das Icon. Und auch der Umbruch im Generellen, egal wie ich es drehe oder verändere, sieht eigentlich immer so aus, wie wir das haben wollen. Damit sind wir auch leider schon wieder am Ende dieser Folge. Wenn Sie das hier alles nochmal nachlesen möchten, finden Sie unten in den Shownotes einen Link zum entsprechenden Blogartikel auf techwriter.de. Dort können Sie auch unseren kostenfreien Newsletter abonnieren und bleiben damit laufend top informiert zum Thema Captivate. Ach ja, wenn Sie diese Folge hilfreich fanden, geben Sie mir einen Daumen nach oben. Bis zur nächsten Folge und viel Spaß beim Captivaten, Ihr Martin Uhrig.